Was hat Sie dazu gebracht, Musiker zu werden oder den Weg eines Musikers wegzuschlagen? Naja, Musiker ist nicht ganz richtig. Ich bin ja Sänger, Musiker. Aber ja, ich bin sehr früh als kleines Kind in einem Gnadenrohr aufgenommen worden und bin da aufgewachsen. Ich habe schon im Alter von sieben Jahren angefangen zu singen, habe viel in Kirchen gesungen, viel Volksmusik gesungen, hatte Regale, Motetten, bin mit Bach und Schütz aufgewachsen und dann habe ich einfach diesen Weg weiter beibehalten und habe mich für ein Gesangsstudium beworben und bin dann auch aufgenommen worden. Und jetzt sitze ich hier und freue mich auf die Reise nach dem SCU.